Alter Leute, what the fuck ist das heute für ein Shop und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom DaddyShop und what the fuck haben wir heute für Items drin. Einmal habt ihr schon gesehen den neuen Marshmallow Skin, richtig cooler Skin, der kostet 1500 E-Bucks und ist auch noch reaktiv. Ihr seht schon, reaktiv leuchtet beim Benutzen von Musik-Modes auf. Eine ziemlich geile Idee und Leute, ich denke mal, der Skin wird ziemlich limitiert sein, weil das ist ja jetzt nur so ein Event-Skin, heißt das so, er wird wahrscheinlich nur für dieses Event drin sein. Wer weiß, ob der noch jemals wieder in den Shop zurückkommt, also wenn ihr ihn haben wollt und auch so geil findet wie ich, solltet ihr ihn euch am besten heute noch holen. Ich werde den Skin auch direkt verlosen, plus auch nochmal den neuen Gleiter und die beiden neuen Remotes dazu. Werde ich alle zusammen an euch verlosen, also wenn ihr die kostenlos haben wollt, ist ganz easy, einfach nur kurz Noxy als Creator eintragen und mir ein Foto davor schicken, wie ihr hier beim Marshmallow Skin das drinstehen habt. Alle Leute, die mir das bis heute Abend auf Instagram senden, dieses Bild, die können dann das komplette Marshmallow Set komplett kostenlos gewinnen. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich noch eine kleine Challenge draus machen werde und zwar weiß ich, dass immer viele Leute sich wünschen, dass ich auf die Nachrichten antworte und alle Nachrichten anschaue. Deswegen heute an mich so eine kleine Challenge, ich versuche mir alle Nachrichten anzuschauen, die ihr mir dort sendet. Also wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen und mit mir zu schreiben, schickt mir einfach nur ein Foto vom Marshmallow Skin mit meinem Creator Code Snogs hier drin. Dann könnt ihr den halt, wie gesagt, heute gewinnen und auch noch diesen neuen Gleiter hier. Also der Effekt ist so geil, ich spiele es einfach nochmal direkt ab. Richtig cooler neuer Gleiter, hier auch mit dem Logo drauf. Dazu noch diese ganzen Partikel-Effekte und diese Leuchteffekte hier. Das für nur 500 V-Bucks ist ein richtig guter Preis, also gefällt mir auf jeden Fall auch der Gleiter. Sonst bin ich ja immer so ein bisschen kritisch gegenüber solchen normalen Gleitern, aber ich finde den komplett weiß und dazu noch diese Effekte. Das schaut schon ziemlich nice aus. Dann haben wir noch den neuen Marshposen-Emote für 500 V-Bucks. Jo, finde ich ganz nice. Ich muss sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen der beiden neuen Emotes ich besser finde. 500 V-Bucks ist dafür aber auf jeden Fall ein guter Preis. Ich finde die Musik auch ganz nice. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach direkt mal auch den neuen Emote, bevor wir jetzt hier so lange warten, damit ihr auch mal einen direkten Vergleich habt. Der zweite neue Emote. Ist ein bisschen simpler von den Movements her. Dafür finde ich den Beat ein bisschen geiler. Also beide haben auf jeden Fall was und ich finde beide sind auch vom Preis her absolut in Ordnung. Und es sind auch noch Remotes, wo ich mir persönlich jetzt schon vorstellen kann, dass ich die Ingame sehr häufig benutzen werde. Denn leider ist es so, dass ich mir oft hier neue Emotes hole, aber dann fast gar nicht benutze. Und bei den beiden kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich die jetzt häufiger verwenden werde. Also sehr, sehr nice. Und wie gesagt, falls ihr das komplette Set gewinnen wollt, einfach nur Snoxy als Creator eintragen und mir ein Foto davon schicken, wie ihr den Code drin habt. Und ja, das sind auf jeden Fall die ganzen neuen Items jetzt und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum etwas langweiligeren Part vom heutigen Shop. Dort haben wir nämlich den DJ Bob Skin drin für 2000 Viewerks. Das Lama. Diese Kugel auf dem Rücken, die finde ich ganz nice. Den Skin habe ich eigentlich gar nicht benutzt. Habe ich mir zwar gekauft, aber irgendwie dann nicht so verwendet. Die Spektralhacke, ja, ist in Ordnung. Auch jetzt nichts Großbesonderes. Der Nachtlichtskin vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, super guter Skin. Dann haben wir noch den Disco-Party-Emote drin. Ja, auch ein ziemlich cooler Emote. Passt ja zum heutigen Shop mit dem ganzen Disco- und Musik-Emotes und dem neuen Skin. Und im letzten Slot haben wir dann noch den Leuchtflug. Auch ja so ein bisschen Disco-mäßig. Finde ich jetzt erst auf. Alles ist so neon-mäßig. Finde ich ganz nice. Leuchtflug ist in Ordnung. Jetzt nicht der krasseste Gleiter. Da würde ich mir auf jeden Fall heute den anderen Gleiter holen. Den neuen... Wie heißt der eigentlich? Muss ich mal kurz gucken. Er heißt Mellow Gleiter. Passt ja. Also ja, das ist auf jeden Fall der heutige Shop. Richtig nice Items. Mir gefällt der. Deswegen könnt ihr auch gerne jetzt nochmal oben rechts abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Top oder Flop? Von mir gibt es heute auf jeden Fall einen Top. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und auf die Endcard blende ich euch noch ein Video ein. Das letzte Video, was ich gemacht habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt jetzt hier drauf. Und dann hören wir uns dort. War eine ziemlich leiste Runde. Und wir haben eine geile Challenge gemacht. Also schaut sie euch unbedingt an. Einfach hier drauf klicken. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.